Aus Walpotsheim nochmal wieder an unserem Motto-Wagen hier und wir werden in einigen Tagen hier nochmal ein Interview führen und werden euch das zeigen und die Planungen laufen. Die Planungen laufen, dass es nach Mainz geht und die Planungen laufen auch, dass es nach Berlin mit uns geht und wir informieren euch von dieser Stelle über diese Welle. Nächste Tage. Danke.